Tolle Veranstaltung hier in Frankfurt. Wir haben über 600 Einreichungen von Fleischermeistern aus ganz Österreich. Tolle Produkte. Wir sind wirklich fasziniert teilweise. Unser Chiron. Ich habe schon gemerkt, da wird viel gegessen, weil es ganz einfach schmeckt. Und das ist ganz ein gutes Zeichen und ich glaube, das kommt gut an. Und teilt an unsere Mitglieder, dass sie auch genug Goldmedaillen machen.